Wir eröffnen die beste Halle, die es momentan in Europa gibt. Ich versuche, die Adrenalin-Kicks aus der Early Ages zu bekommen. Ich habe eine Mausgesche. Ich habe fünfmal einen Anruf bekommen. Ich sollte mal gucken, ob ich kommen kann. Eine Heimat, ein Wohnzimmer. Es ist historisch. Und dafür wollte ich euch danken.